Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen Älterwerden, der 60 Plus Podcast mit Bertram Kasper und Katharina Maria Klein. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die facettenreich etwas zu den schwierigen und schönen Aspekten des Älterwerdens sagen können. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie unseren Podcast und werden Sie dabei entspannt älter. Auch von mir gibt es dieses Jahr einen Weihnachtsgruß. Diesen Weihnachtsgruß oder Wintergruß möchte ich zum einen an all diejenigen Menschen richten, die mich dieses Jahr begleitet und unterstützt haben. Und zweitens natürlich an alle Hörer und Hörerinnen des Podcasts Gelassen Älterwerden. Und einen herzlichen Dank für das, ja, herzliche Willkommenheißen auch von mir im Podcast. Vielen Dank. Da das für mich das erste Mal ist, dass ich diese Art von Weihnachtsgruß in die Welt schicke, habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Da dieses Jahr die KI, also die künstliche Intelligenz, in aller Munde war und vielleicht für die ein oder andere Verwirrung gesorgt hatte, habe ich gedacht, ich probiere doch auch mal, ob KI auch einen Weihnachts- oder einen Wintertext herausspucken kann. Und wie ich finde, ist der folgende Text recht gut gelungen und den möchte ich euch gerne allen widmen. In den frostigen Tagen des Winters, wenn der Atem in der Luft zu kleinen Dampfwolken wird, nehmen wir uns einen kostbaren Moment, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Zwischen dem Trubel der Weihnachtsgeschenke und den Feiern zum Jahreswechsel liegt eine Gelegenheit, uns an Vergangenes zu erinnern und es dann ziehen zu lassen, um mit Zuversicht auf die kommende Zeit zu blicken. Der Winter ist mehr als eine Jahreszeit. Er ist eine poetische Erinnerung, dass nicht immer alles blüht und gedeiht. Die Blätter fallen und es wird kalt. Ähnlich verläuft unser Leben. Nicht jeder Tag ist von strahlendem Sonnenschein gekennzeichnet. Doch wenn wir genau hinschauen, können wir sehen, dass selbst in den grauen Momenten etwas zu finden ist, das uns wärmt. Weihnachten, dieses Fest der Lichter, ist weit mehr als Glühwein und Lichterketten. Es ist eine Zeit, sich daran zu erinnern, dass die kostbarsten Geschenke oft nicht in buntes Papier eingewickelt werden können. Es sind die schönen Erinnerungen, das herzliche Lachen mit den lieben Menschen um uns herum, der vertraute Duft von selbstgebackenen Plätzchen oder die Weihnachtsmusik im Radio. Kleine Dinge, die das Herz berühren und wärmen. Das vergangene Jahr mag nicht perfekt gewesen sein, doch in den kleinen Erfolgen und Lehren steckt oft mehr, als wir zunächst sehen. Jede Herausforderung hat uns geformt und gestärkt. Und auch wenn wir uns manchmal in den Nebeln der Unsicherheit verloren fühlten, haben wir unseren Weg gefunden. Beim Blick in das neue Jahr können wir die großen Versprechen für einen Moment beiseite lassen und uns auf die kleinen Schritte konzentrieren, die wir tun können. Vielleicht liegt in der Einfachheit und Nüchternheit des Winters die Kraft für einen klaren Blick auf das, was wirklich von Bedeutung ist. Möge der Winter uns darin erinnern, dass das Leben nicht immer grell und bunt ist, aber gerade in seiner Einfachheit und Ruhe einen ganz besonderen Reiz birgt. Die klirrende Kälte und die klaren Nächte lassen uns die Schönheit der Stille entdecken, die uns oft im Trubel des Alltags entgeht. Wenn wir uns von der Vergangenheit verabschieden, öffnen wir Raum für neue Chancen und unentdeckte Möglichkeiten. Jeder Augenblick, den wir bewusst erleben, ist ein Schritt in die Zukunft. In der Ruhe des Winters dürfen wir uns darauf besinnen, dass auch im Scheinwerferlicht des neuen Jahres unsere eigene innere Kerze leuchtet. Vielleicht ist es gerade die Unvollkommenheit des vergangenen Jahres, die uns menschlich macht und uns lehrt, dass es nicht immer darum geht, perfekt zu sein, sondern authentisch. Wir dürfen die Höhen und Tiefen akzeptieren und uns darin wiederfinden, das Wachstum oft aus den Rissen unserer Erfahrungen entspringt. Beim Betrachten des leeren Blattes, das das neue Jahr symbolisiert, dürfen uns bewusst sein, dass wir die Autoren und Autorinnen unserer eigenen Geschichte sind. Jeder Tag bietet die Möglichkeit, eine neue Zeile zu schreiben, einen anderen Weg einzuschlagen und das Leben in seiner Vielfalt zu umarmen. In den kommenden Tagen und Wochen möge die Winterstelle uns inspirieren, innezuhalten, uns zu reflektieren und die kleinen Freuden des Lebens zu schätzen. Die Kälte draußen mag spürbar sein, doch in unseren Herzen können wir eine wärmende Glut entfachen. Eine Glut der Dankbarkeit, der Liebe und der Hoffnung. Auf ein faszinierendes Ende des Jahres und einen optimistischen Blick in das, was vor uns liegt. Ja, ihr lieben Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, diesmal ein etwas anderer Weihnachtsgruß. Einer, der für einen Podcaster eigentlich nahe liegt. Ja, und deshalb nehme ich euch einen Audio-Weihnachtsgruß auf. Euch und euren Familien, euren Liebsten wünsche ich gesegnete Weihnachten. Und ich wünsche euch ein gesundes, erfolgreiches, neues Jahr. Ein Jahr, in dem es vielleicht ruhiger wird als im letzten. Ein Jahr, in dem es mehr Frieden auf der Welt gibt. Ein Jahr der Rückbesinnung auf euch selbst. Und so habe ich euch einen Text mitgebracht, einen Text von Hartmut Rosa, einem deutschen Soziologen, der sich mit der Unverfügbarkeit in der Welt auseinandergesetzt hat. Und diesen Text lese ich euch jetzt als meinen Weihnachtsgruß vor. Vom Schnee Erinnern Sie sich noch an den ersten Schneefall in einem Spätherbst oder Winter Ihrer Kindheit? Es war wie der Einbruch einer anderen Realität, etwas Scheues, Seltenes, das uns besuchen kommt, das sich herabsenkt und die Welt um uns herum verwandelt, ohne unser Zutun, als unerwartetes Geschenk. Der Schnee ist geradezu die Reinform einer Manifestation des Unverfügbaren. Wir können ihn nicht herstellen, nicht erzwingen, nicht einmal vorherplanen, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Und mehr noch, wir können des Schnees nicht habhaft werden, ihn uns nicht aneignen. Wenn wir ihn in die Hand nehmen, zerrinnt er uns zwischen den Fingern. Wenn wir ihn ins Haus holen, fließt er davon. Und wenn wir ihn in die Tiefkultur packen, hört er auf, Schnee zu sein. Vielleicht sehnen sich deshalb so viele Menschen, nicht nur Kinder nach ihm, vor allem vor Weihnachten. Viele Wochen im Voraus werden die Meteorologen bestürmt und begniet. Wird es dieses Jahr weiß? Wie stehen die Chancen? Und natürlich fehlt es nicht an Versuchen, Schnee verfügbar zu machen. In unserem Verhältnis zum Schnee spiegelt sich das Drama des modernen Weltverhältnisses wie in einer Kristallkugel. Das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, ist die Vorstellung, der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu machen. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrungen, aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Ja, und so wünsche ich Euch viele Begegnungen mit dem Unverfügbaren. Seid herzlich gegrüßt, Euer Bertram. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Haben Sie uns schon auf unserer Homepage besucht? Auf www.gelassen-elter-werden.de finden Sie noch mehr Informationen. Oder Sie besuchen uns auf YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn. Über Ihre Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Denn welcher Best-Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und allzeit entspannt. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihre Katharina Maria Klein und Ihr Bertram Kasper.